Kommen, meine Damen und Herren, zum neuen Brunnenhof von Werthaus! Ah, ist das schön! Zwei Jahre, das ist leider jetzt hier mit 50 ausgewählten Menschen, die uns bewerben mussten. Jedes Mal, wenn ein Anzuger gesagt hat, ich kann nicht komm, ich schick mein Bruder, dann musst du wieder die neue Adresse eingegeben werden, muss alles am Gesundheitsamt abgegeben werden. Vorbei, wir passen natürlich trotzdem auf, wir haben noch Corona, wenn es geht, Abstand halten, sich vielleicht nicht mit Fremden ahmen, ich mache das jedenfalls immer noch nicht. Und Sie tun, was Sie können, um diese Infektion natürlich zu vermeiden. Also schön, dass Sie da sind, ich hoffe, es gefällt Ihnen jetzt schon hier in der Sonne des Rathausplatzes, das ist Tramplatz, wir haben viel vor heute, wir haben prominente Gäste, Hina Baumgartner vom NDR, den Landtagspräsidenten Ralf Krüse-Wunkel und den neuen Regionspräsidenten Steffen Krach, wir haben Prof. Dr. Henning Dill, einen der Schulter- und Ellbogen-Spezialisten Deutschlands im Ärzteinterview. Endlich, Chaos bewegt sich mit uns nachher, da bin ich auf jeden Fall mit in der Weltstadt unterbekommen. Und wir haben Lavi, die Goutique aus der Eiswärts- und Ellbogen-Spezialisten, vor dem so überwachsenen Alter natürlich und wir haben volle Goutique, für den man hier jetzt reinkommt. Aber ich denke, alle wollen wir uns jetzt auch nicht sehen. Denn, dieses alles ist nicht möglich, denn es ist ein Volker. Er kann auch mit uns schreiben, wenn wir uns berühmt. Er soll es. Untertitelung des ZDF, 2020